Hallo und herzlich willkommen zu den Infos am Samstag und wir starten direkt rein zu einem neuen Premium Panzer und zwar dem Tiger 1L-56 der Tier 8 ist und ja es gab da so ein paar Infos hier und da und ein paar Stats und so also wirklich ob der jetzt kommt, wann er kommt, wie der kommt, weiß man noch nicht, er ist auf jeden Fall ein, soweit ich mitbekommen habe, ein historischer Tiger 1, also mit dem historischen Upgrade quasi, der hatte da halt nur historisch gesehen die Kanone zum Beispiel, Funke, so war es halt in der Art, ich weiß nicht genau wie ich das jetzt sagen kann. Er hat eine 8,8 Millimeter, ähm, Nachteil dabei, die, was muss ich schon echt lachen, diese Kanone hat eine ganze 132 Penetration und ich weiß nicht, welches Tier er jetzt ist oder wird oder so, zur Zeit ist er da als Tier 8, gelistet sag ich mal so, ich verlinke euch auch ein Video in der Beschreibung, ähm, ansonsten einfach Tiger 1, bl 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 bl, eingeben, bei YouTube solltest du da finden, der Cody hat eine Premium Account, also Premium Account, Presse Account und hat das Ganze dann hier schon zeigen können, wenn es ein Panzer, und ja, empfehle ich euch, schaut es euch an, nur halt die Wumme ist echt, ja, keine Ahnung, weswegen man das Ding sich kaufen würde, ich weiß, 1002 Penetration ist in Tier 8 einfach gar nichts, also, äh, selbst in Tier 7 oder, ich sag mal, in Tier 6, oder so, vielleicht, ab, na, wobei auch nicht, es ist einfach abgrundtive Penetration, deswegen muss man dann mal sehen, ob der, ich glaub nicht, dass er jetzt normale, normaler, äh, Diger reinkommt, ich könnte mir mal vorstellen, wenn der historische, äh, historische Modus wieder reinkommt, dass der, irgendwie nur für den Modus da, zur Verfügung steht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, alles nur Spekulationen, so gesagt, und, äh, dazu vielleicht in einem anderen Punkt mehr, wenn es da, wird, mehr gibt. Dann eine wichtige, wichtige Info an alle, die den E25 kaufen wollen, und zwar gibt es eine Deadline, und zwar bis zum 15.01. Soweit meine, äh, Informationen sind, also, wenn ihr euch den kaufen wollt, dann legt ihr zu, momentan kann man ihn auch kaufen, nicht mehr in-game, sobald ich weiß, sondern auch nur noch im, äh, Geschenkshop, also bei World of Tanks, äh, auf der Homepage, und, äh, danach wird, äh, wahrscheinlich Video Typ 59 sein, das heißt, es wird ab und zu, vielleicht mal auf der GamesCon, oder so, ähm, Codes da vergeben, und ansonsten wird man den, danach nicht mehr bekommen können. Also, wer sich das Ding noch kaufen will, 15.01., ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen will, ähm, wahrscheinlich eher nicht, aber, ist auf jeden Fall ein super Panzer, super Spaß-Panzer, kann ich nur empfehlen, ähm, ein paar Mal bin ich den ja auch gefahren. Dann noch eine, äh, kurze Info zu kommenden Updates, wo es zur Zeit immer noch nicht ganz so viel geht, weil, ja, Weihnachten, Neujahr, da ist immer viel Pause, ähm, soweit ich jetzt immer gesehen hab, ist auf jeden Fall in 9.7 oder 9.6, ähm, Map-Upgrade-Sension, das Map, äh, Überarbeitungen geplant, und zwar unter anderem Karelia, und Sand River, ich bin sehr gespannt, was sie aufs Karelia machen, weil hat er immer noch so eine Map-Bestung, man, 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 die ist, mir gefällt's nicht ganz so gut, ähm, wobei es ist jetzt kein Map-Din, wirklich überhaupt nicht gefällt. Sand River, äh, weiß ich nicht, bin ich gespannt, wie sie es verändern, die finde ich eigentlich, momentan spiele ich sehr, sehr gerne, ne, also da hätten sie für mich, sag ich mal so, äh, keine Überarbeitung ankündigen müssen, aber, ja, ja, ich hoffe einfach mal, dass es besser wird, durch das, äh, durch die Überarbeitung, aber das kann man ja nie wissen, also, müssen wir das einfach abwarten. Ansonsten war's, das ist auch schon so weit, das ist echt nicht viel, ähm, ein Nachtrag, genau, äh, die, die Wintermodus, der Winter, wie heißt der Winter, Winter Showdown, heißt das nicht genau, ich meine schon, also dieser neue Wintermodus, der so ein bisschen als, so wie vom 1. April, so ein Fun-Modus, der, der kommt am 26. oder 25, bin mir noch nicht mehr sicher, auf jeden Fall irgendwie in dem Zeitraum, Ende des, Ende des Monats jetzt, ähm, soll er kommen, ich weiß nicht, weswegen der so spät kommt, äh, im Gegensatz zu auf den, auf den russischen Servern, ich weiß nur, dass sie da ein paar Probleme hatten, was diese Mission und, die Ausschüttung von XP gab, da gab's wohl Leute, die einfach in, in ein paar Stunden, in, ja, XP-Werte in 100.000 bis 500.000, ja, XP einfach gefarmt haben, durch diesen Modus, und, das ist ein bisschen fail, äh, das werden wir wahrscheinlich nicht abbekommen, weil das ja jetzt alles schon, ich sag mal, aufgerusten ist, ja, wo man auch schon so fixt ist, denke ich mal, und, ja, aber weswegen der Zeitraum so unterschiedlich ist, und so weit, weg quasi, vom Monatsanfang, weiß ich leider auch nicht, soweit so gut, das war's schon, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde sagen, bis zum nächsten Mal, und, ja, euch noch ein schönes Wochenende, Toodle-oo!